Dank robuster Nachfrage nach seinen Produkten in allen Segmenten stieg der Umsatz des Linzer Stahlkonzerns Föstalpine gegenüber dem Vergleichszeitraum im Jahr davor um rund 37 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro. Das Ergebnis nach Steuern erreichte 698 Millionen Euro nach 159 Millionen Euro Verlust in der Vorjahresperiode. Damit übertreffe die Föstalpine sogar deutlich das Niveau vor Ausbruch der Pandemie, wie es in einer Aussendung des Unternehmens heißt. Als besondere Herausforderungen in den drei Quartalen von 1. April bis 31. Dezember 2021 strich der Konzern die außergewöhnliche Volatilität der Rohstoffkosten und den sprunghaften Anstieg der Energiepreise gegen Jahresende hervor. Einige Bereiche sind von den Lieferkettenproblemen der Automobilindustrie betroffen gewesen. Die Nachfrage nach Autos sei allerdings ungebrochen. Die Omikron-Variante des Covid-19-Virus führe zu neuen Höchstzahlen bei Neuinfektionen, die Versorgungsengpässe in den globalen Lieferketten seien nach wie vor vorhanden und in Europa seien die Energiekosten zuletzt geradezu explodiert. Dessen ungeachtet sollten sich die positiven Trends auf den wesentlichen Absatzmärkten fortsetzen, erwartet die Föstalpine. Die Lieferkettenprobleme in der Automobilindustrie dürften im Herbst die Talsohle durchschritten haben.